Hallo Römer, lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play. 60 Seconds! Wow! Alter, mir ist der Name scheingefallen. Ach du Kacke, Mann. Ja, wir versuchen weiterhin das Danger Zone Achievement zu bekommen. Und holen wieder... Oh, Mary Jane. Nice, Spray. Und zum Bunker. Da war Essen und Trinken, hier ist die Karte. Medikit. Spielbrett, ich weiß nicht, warum ich das Spielbrett mitnehme, keine Ahnung. Da war auf jeden Fall Timmy, über den ich gerannt bin, okay. So, irgendwo hier war das Radio, oder? Ne, da ist das Radio, was? Okay. Und die Gasmaske. Okay. Radio! Nice! Gasmaske. Trinken. Noch mehr trinken. Zack. Zack. Oh, die Waffe. Okay, wir haben noch einmal Essen mitbekommen. Okay, alles klar. Huh! Konzentration war fast gut. Oder hat fast was gebracht, meine ich. Heieiei. Ich habe übrigens mein Mikrofon mal ein bisschen lauter gestellt. Das heißt... Ja. Ich weiß gar nicht, ob ihr davon viel merkt. Weiß es nicht. Keine Ahnung. Wenig Essen, relativ gut trinken. Wir haben nichts vergessen, oder? Nein, wir haben kein Buch. Ja, ist nicht gut. Dann vielleicht ist es auch gar nicht mal so schlecht. Okay. Äh, eigentlich würde ich Kaffee trinken, danke. Ah, es geht doch nichts. Über eine Runde 60 Seconds mit Kaffee. Nichts ist besser! Mary Jane will rausgehen. Mary Jane darf rausgehen. Ich erlaube es ihr. Oh yeah. Sie darf es. Äh, gut. Nein, keiner kriegt trinken. Mary Jane geht raus. Mit der Gasmaske. Ich weiß nicht, warum ich dieses Spielbrett mitgenommen habe. Ich dachte mir so, ja geil, Spielbrett. Und dann ja. Ähm, ja. Nice, ne? Finde ich auch. Ähm. Ja, mach mal. Soll ja keine verrückt werden. Hat sogar was gebracht. Okay. Nice. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Dad kriegt trinken. Ja, die Sender hat den Betrieb eingestellt. Geh kaputt, geh kaputt, geh kaputt, geh kaputt, geh kaputt. Geh kaputt, geh kaputt. Ja! Es ist kaputt. Nice. Sehr gut. Dad hat Hunger. Dad kriegt Essen. Immer dann, wenn das steht, die haben Hunger, kriegen die Essen. Früher nicht. Und das dürfte auch eigentlich keinen krank machen. Also von daher ist alles okay. So, ähm. Ein Erdbeben. Gut, die Taschenlampe ist kaputt. Mary Jane hat die Gasmaske nicht kaputt gemacht. Und sie hat ein neues Radio mitgebracht. Ist das dein Herz? Ist das dein Herz? Aber ein neues Medikit auch und vier Flaschen Wasser. Das ist sehr gut. Äh. Mary Jane kriegt Essen. Ja. Wir nutzen die Waffe. Die ist kaputt. Sehr gut. Okay. Mary Jane macht doch die Gasmaske kaputt. Aber wer das Erdbeben-Event ein Tag... Okay. Wisst ihr was? Wir probieren es aus. Wäre das Erdbeben-Event ein Tag später gekommen, Alter. Wäre das ein Tag später gekommen, Alter. Das wäre so gut gewesen. Hätten wir nämlich nur noch die... Karte kaputt kriegen müssen. Trinken. Hat irgendwer Hunger? Ja, Mary Jane. Mary Jane kriegt noch Essen. Und wir... Wir geben jetzt mal Ted raus. Weil sie nur noch weiterspielen können. Weil Ted lebt ja. Ja. Okay, es geht. Alles gut. Okay, cool. Dann weiß ich das. Das ist cool. Mary Jane hat sich ausgeruht. Sie könnte jetzt auch losgehen. Alles klar. Alles klar. Alles gut mit Mary Jane. Das ist schön. Das freut mich. Wann hatte ich Ted das letzte Mal auf einer Expedition? Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. Wir müssen jetzt halt nur hoffen, dass Ted auch wieder zurückkommt. Weil sonst wäre doof. Irgendwas knurrt in der Dunkelheit. Ist okay. Pancake hat uns im letzten Part enttäuscht. Die Gasmaske ist immer noch heile. Was ist denn mit euch, Alter? Wir dachten immer, Dosen-Suppe würde in Amerika produziert. Anscheinend wird sie aber in einem anderen Land hergestellt. Dessen seltsamen Namen wir nicht kannten. Laut Poststempel auf der Kiste stammt die Lieferung von nach der Explosion. Hm. Seltsamen. Ah, was? Okay. Okay. Hör ein Radio. Mann, es ist nicht kaputt. Das ist doof. Das ist gerade echt alles doof. Äh, hat irgendwer noch Hunger? Ja, Ted hat noch Hunger. Und Mary Jane braucht was zu trinken. Okay. Mary Jane geht raus mit der Gasmaske. Jetzt macht sie doch mal kaputt, Mensch, ey. Euer Ernte. Das kann doch nicht wahrsteigen. So. Ted hat immer noch Hunger. Alter Butter. Ja, wir hören Radio. Geh kaputt, geh kaputt, geh kaputt. Es ist nicht kaputt, oder? Nein, es ist nicht. Verdammt. Manu. Find ich nicht cool. Find ich nicht cool. Ich trinke gerade zu viel Kaffee, Alter. Immer wenn ich 60 Second saufen. Ich trinke das in den ersten 5 Minuten leer. Den Kaffee. Oder fast in den ersten 5 Minuten. Ähm. Was hat sie mitgebracht? Nur eine Gasmaske. Wow. Hungrig. Okay. Mary Jane. Ja, ja, wir heilen sie. Wir heilen sie. Wir heilen sie. Alles gut. Wir können auch. Durch das Event ein neues Medikit herstellen. Mit dem hier. Also ist alles okay. Ted braucht trinken. Mary Jane braucht noch essen. Mary Jane kriegt auch trinken. Denn es ist der fünfte Tag. Wir müssen es machen. Sonst wären wir noch krank. Und das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Mary Jane hat sich ausgeruht. Und Ted ist ziemlich hungrig. Okay. Nee, Ted hat sich ausgeruht. Mary Jane ist hungrig? Oh. So rum. Okay. Okay. Ähm. Ja, wir starten trotzdem eine Expedition. Und zwar soll Ted gleich wieder rausgehen. Was wäre denn cool, wenn er ein neues Insekten-Spray mitbringt. Ein neues Insekten-Spray wäre schön. Das wäre echt schön. Und sonst eigentlich das Buch. Das Buch wäre cool. Aber wo haben wir ja doch das Buch wäre cool. Oder die Axt. Die Axt wäre auch nett. Die Axt wäre auch nett. Ähm. Nein. Den Koffer öffnen wir nicht. Mann. Ja. Oh, ich glaube 60 Seconds. Meine Nase hat irgendwas gegen 60 Seconds, glaube ich. Ähm. Okay. Okay, wir haben den Flaschenpost hinterlassen. Genau. Mary Jane kriegt trinken. Unsere Vorräte sind knapp. Ne, zu den Senioren müssen wir nicht. Unsere Vorräte sind kein bisschen knapp. What? Kann Ted mal wiederkommen? Ich habe Angst, dass das Gang gleich vorbei ist, weil Ted nicht wiederkommt. Äh. Das wäre nicht gut. Wieso ziehe ich hier die ganze Grimassen? Keine Ahnung. Okay. Äh. Mary Jane ist hungrig. Sie kriegt was zu essen. Nein. Kein Koffer. Meh. Tag 28. Mary Jane hat sich erholt, wie es aussieht. Sehr durstig. Okay. Mary Jane hat sich ausgeruht. Genau. Nein, wir haben keine Karten. Aber ich glaube, ich hätte sogar um die Flaschen gespielt. Was hat er mitgebracht? Neue Taschenlampe ist es. Wow. Das ist echt. Wow. Okay. Koffer. Taschenlampe. Axt. Toll. Sie braucht trinken. Ted hat Hunger. Zack, zack, zack. Äh. Ja, komm. Sehr gut. Ja. Der hat es mal anknurrt. Okay. Mary Jane will rausgehen. Schön. Wir hören Radio. Hoffentlich geht es kaputt. Geht kaputt. Geht kaputt. Geht kaputt. Natürlich geht es nicht kaputt. Mann. Ted's Magen knurrt immer noch. Alter. Wie viele Lungen hast du denn? Mary Jane geht raus mit der Gasmaske und macht sie kaputt, Mann. Und bringt keine neuen Sachen mit. Okay. Medikit kann man mitbringen. Medikit ist immer zu gebrauchen. Aber das alles muss halt kaputt gehen. Das wäre halt sehr, sehr cool von dir, Mary Jane. Und mein Kaffee ist leer. Mann. Das ist gerade doof. Das ist gerade echt ein wenig doof. Dim, 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 dim. Ein Tag warten wir noch mal trinken. Ja, wir helfen. Ich meine, wir wollen ja... Was? Nichts. Am 20. Hören reicht mal nur wirklich nicht damit, dass plötzlich Inquisitoren vor der Tür stehen. Standen sie aber. Sie beschlossen, dass unser Bunker eine perfekte Folterkammer abgebe. als sie das herausfanden haben wir so viele Meilen Abstand wie möglich zwischen uns und ihnen gesucht hä? hatte das hatte das nicht an Tag 35 erst Wasser bekommen? aber wir wurden vertrieben ok und ich hab nen Namen für den Part wir nennen den Part Beulterkammer alles klar oder Folterbunker oder so Folterbunker klingt gut ja gut wir können noch einmal schnell mal sammeln machen auf Batman auf Zabomber ich weiß nicht ob wir das schon gemacht haben wir machen es einfach mal wow hab ich nicht ich hab doch locker bin ich jetzt dumm? sagt nichts, nein aus ok alles mitnehmen zack zack Timmy können wir nicht mehr mitnehmen trinke mitnehmen hat man eigentlich die Chance alles mitzunehmen was es gibt? ich glaub nicht oder? ich glaube nicht das nehmen wir mit komm schon nimm's mit man das 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 und das super Radio Mary Jane ok die Gasmaske Timmy hier ist noch das Buch zack das 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 haben wir die Karte gerade von der anderen Seite gesnackt oh können wir nicht mehr alles mitnehmen ok nein bleib hier wir müssen noch Gegenstände rampen ok wir haben noch ein paar Gegenstände gerammt ich weiß nicht wie viel wir jetzt schon gerammt haben insgesamt sonst fehlen übrigens noch sieben Achievements noch sieben sieben Achievements yeah wir haben echt wenig essen und trinken davon haben wir fast alles mitbekommen hab ich den Koffer nicht eingesammelt? ach ne hatte ich nichts ok aber wir sind sicher zumindest vorerst vorerst sind wir sicher und das ist das gute das ist das was zählt oder ja ne finde ich auch gut Leute dann war es das wieder ein relativ kurzer Part ich hoffe es hat euch trotzdem gefallen wir sehen uns bei das nächste Mal wieder haut da rein na das ist das 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 ist ja